So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 is the Human, der Uncut-Version und dem DLC Bloody Ties und ich habe eine wunderbare Nachricht einmal zu verkünden und zwar hat beim HF erst das Spiel nicht funktioniert, jetzt funktioniert es aber, er ist wieder in meinem Spielstand drin, was geht da? Hallo, hallo? Hallo, hallo! Und in der Zeit war mir langweilig und ich war einfach mal beim Händler und habe einfach aus Langeweile was verkauft und auf einmal ist diese Buggy Trophäe Besitzer eine Million aufgetaucht und man sieht jetzt auch hier Datum und Uhrzeit, na also weiß ihr da ganz genau wann wir jetzt aufnehmen, aber ich habe sie und jetzt muss ich im Endeffekt nur noch, wo ist die letzte Parcours machen, die Nightrunner Prüfung, prinzipiell habe ich sie alle auch gemacht, habe sie aber auch nicht gekriegt, also muss ich sie jetzt nochmal machen, und hoffen, dass es funktioniert, nachdem ich jetzt aber das Millionenspiel gekriegt habe, bin ich da sogar sehr zuversichtlich, wenn ich ganz ehrlich bin und dann habe ich Dying Light auch auf Platin, dann geht es nur noch um die Trophäen in dem DLC, ja genau, bei dem habe ich gekauft, er ist mein Glücksmann hier gewesen. Ja, das weiß ich nicht zu schätzen. Der ist richtig gut. So, in der Zeit, wo du ja gerade deine Connection Probleme hattest, habe ich zwei sammelbare Sachen gesammelt. Komm mal mit. Komm mal mit. Einmal hier lang. Und hier liegt es irgendwo, ich glaube hier. Jawohl, hier ist ein Band. Okay. Und dann komm mit. Dann gebe ich dir noch eine Notiz. Die müsste hier hinten, glaube ich, irgendwo, hier müsste die sein. Kann sein? Nee, bei mir ist hier nichts. Dann mach mal deine, deine, diese Sicht an. Das ist irgendwo hier in dieser Area, vielleicht auf der anderen Seite. Kann auch sein, dass, dass die hier, ja, ich glaube, die war hier auf der Seite. Oder du hast die Notiz schon, das kann natürlich auch eventuell sein. Oder ich habe sie schon, ja. Auf jeden Fall liegt hier nichts. Okay, warte mal, ich kann ja mal eben ganz kurz gucken, warte mal, Sammelobjekte. Äh, hä, aber ich habe sogar Graffitis, jetzt 70 von 71, die haben eine Graffiti neu dazu gemacht. Ja, ich auch. Und Andenken 120 von 163. Ich habe 119 von 163. Aha. Boah, jetzt aber da die Notiz zu finden. Machen wir irgendwann anders mal. Ach, hier habe ich sie doch. Äh, wenn du ganz nach unten gehst, das sind die letzten anscheinend. Das ist, äh, Astrid's Notiz von den, von, von den Regisseur. Ein Chor. Astrid's Notiz an den, achso, an den Regisseur. Ah, okay. Naja, aber ich habe nur zwei Wachberichte. Ja, die, die liegt aber, die muss aber hier irgendwo sein. Hier in der Gegend. Weil weiter bin ich nicht gelaufen. Muss hier irgendwo, wenn dann sein. Na, ne, bei mir ist hier nichts. Und vielleicht findest du die auch irgendwie dann. Bei mir ist hier was. Ja, hier sind Zigaretten. Ach, jo, hier hinten war ich auch. Stimmt, warte mal. Klar, kann ja auch sein, dass sie hier war. Hier war ich, hier bin ich auch rumgelaufen, genau. Aber ich meine, die waren in dem, in dem Raum draußen, wo wir gerade waren. Ja, müssen wir nochmal in Ruhe gucken dann. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder in die Arena, oder? Weiter geht's. In dem Kampf. Reden wir mit Mr. Snape. Ich will mal im Zwischendurch immer mal so gucken. Nicht, dass wir an so einem Objekt irgendwie vorbeilaufen. Weil wenn wir schon Sachen mitnehmen können auf dem Weg, wäre ja doof, wenn wir es nicht machen. Was geht ab, Jungs? Okay. Na, hier oben liegt eine Notiz, zum Beispiel. Jack Mets Brief an Astrid 1. Ja, warte, ich komme mal. Oh, ich habe auch was gefunden, aber das ist auf der falschen Seite. Da war ein Gitter vor. Warte, jetzt bin ich ganz oben. Bin ich denn jetzt hier? Ach, da auch, wo du bist. Okay, alles klar. Hier vorne auf dem Tisch liegt es, ja. Guck mal mit auf die, auf die andere Seite. Guck mal, wenn du nach unten guckst, guck mal, wenn du hier bist, dann siehst du auch hier unten, wo ich bin. Da ist auch noch was, ne? Ja. Da sind vier grüne und ein goldenes. Ja, und hier ist auch noch ein goldenes unter uns. Ja, genau. Das ist, wenn du, wenn du hier die Treppe runter gehst, dann stehst du da auch kurz davor. Es könnte aber sein, dass wir da irgendwie im Storyverlauf hin müssen. Im späteren Verlauf ja noch hinkommen. Weil die Typen stehen hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu Severus Snape. Ach, wir haben jetzt hier auch noch Nebenquests. Ah ja, genau. Sollen wir eine Nebenquest machen oder dann sollen wir erst mal mit ihm ein bisschen was machen? Wir können auch erst hier mit einer Nebenquest hier vorne anfangen. Dann würde ich sogar hier nach hier vorne gehen. Einmal gucken, ob hier was Sammelbares ist. Nein. Wir sollen mal hier mit ihr reden. Ja, kannst du vollquatschen. Okay. Let's go. Astrid bringt uns um, wenn wir das nicht richtig machen. Sie bringt uns um? Wegen dieses scheiß Sets. Ich habe mich wochenlang auf der letzte Flug von Kyle Crane vorbereitet. Und jetzt ist alles verdorben. So wie ich Astrid kenne, wird sie sauer sein. Das ist doch nicht mein Problem. Du kennst Astrid schon lange? Fragezeichen. Du kennst du Astrid schon lange? Zu lange. Ihr seid also nicht beste Freunde? Nicht mehr. Wir waren es, als wir beide beim VNC arbeiteten. Nun, jetzt hat sie ihre eigene Show. Ohne die Verschleierungstöne und Zuschauerwarnungen. Das Massaker in Massakerhalle war früher einfach nur ein einprägsamer Name. Jetzt ist es ihr Motto. Ich würde sagen, machen wir das, ne? Jawohl. Du baust nur die Sets für die Massakerhalle. Nein. Ich laufe aus Spaß mit einem Hammer rum. Natürlich baue ich Sets. In jedem Kampf werden die Sets zerstört. Also brauchen wir immer neue. Klingt, als würdet ihr viel Material verwenden. Glücklicherweise mangelt es der Stadt nicht an leeren Wohnungen. Du würdest nicht glauben, aus was diese Settelemente bestehen. Alten Betten, Tischen, Werkzeugen. Aber Gott bewahre, dass irgendetwas davon nicht zu ihrer Vision passt. Ihrer? Astrid's. Manchmal bringt sie uns Stunden vor einem Kampf ein neues Drehbuch. Und dann müssen wir pronto ein Set bauen. Du musst kein Gladiator in der Massakerhalle sein, um dort zermürbt zu werden. Der letzte Flug von Kyle Crane. Äh, hallo? Jedes Spektakel in der Massakerhalle hat sein eigenes Thema. Astrid und ich haben jedes Mal zusammen gebrainstormt. Jeder Kampf ist eine Performance. Und die Kämpfer sind die Stars. Früher bot dieser Ort richtige Shows. Aber jetzt ist es nur noch ein Schlachthaus. Die PKs werden uns mit Sicherheit zum Schweigen bringen. Die PKs wollen dich dicht machen. Die PKs wollen dich dicht machen? Natürlich. Du hast doch gesehen, was hier vor sich geht. Matt, zu viele Menschen sterben in der Arena. Früher gab es den einen oder anderen Unfall pro Turnier. Aber jetzt? Jetzt gibt es einfach zu viele Unfälle. Zumal einige dieser Unfälle PKs sind. Matt hatte genug davon. Ah, Pisch gehabt. Na, in diesem Fall für Glück. Du bist derjenige, der Glück braucht. Aber danke. Oh, Moment mal. Was Astrid anbelangt. Mir kam da diese Idee. Vor nicht allzu langer Zeit stellte Astrid einen Biografen ein. Um meine Errungenschaften zu verewigen, sagte sie. Irgendwie schaffte er es, eine Menge Material zu sammeln, das Astrids Vergangenheit beleuchtet. Sie hat sich so stark verändert. Aber vielleicht, wenn wir die Dokumentation des Biografen finden und sie Astrid zeigen würden, vielleicht würde es sie wieder zur Besinnung bringen. Na, ich sag Bescheid, wenn ich so jemanden finde. Und ich werde hier sein und wegen meiner Abgabetermine ausflippen. Ah, krass. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, was ist jetzt hier die Mission? Das war ja, war ja nur Gerede bis zur letzten Sekunde. Hat sie ein bisschen was erzählt. Finden sie Informationen über Astrids Vergangenheit? Ah, okay. Die Frage ist, wo gehen wir denn dafür hin? Also hier, glaube ich, finden wir keine. Ah, ich glaube auch, dass wir wieder in die andere Richtung müssen. Ja, ja, denke ich auch. Wir sind im Questbereich. Das ist ja schon mal gut. Oder ob wir dann hier irgendwelche Leute befragen müssen. Ja, das kann gut sein. Oh, ich habe hier was gefunden. Eine Notiz habe ich hier gefunden. Befallenen Jäger gesucht. Ja, das hat aber nichts mit der Mission zu tun. Jetzt springt er einfach mal wieder runter. Achso, nee, von hier sind wir gekommen. Quatsch. Vielleicht müssen wir auch aus der Massakerhalle raus. Also ganz raus. Wir sind ja immer noch im Questbereich. Das scheint ja hier alles Questbereich zu sein. Aber wir können ja mal gucken, ob wir irgendwen hier fragen können. Naja. Ja. Ja. Ach, das geht ja hier hinten noch weiter. Hier sind Feinde. Greifen die dich auch an? Nö. Nö. Okay. Kommen wir hier auch raus? Ich weiß es nicht. Nö, hier ist es dicht. Hier kommen wir nicht raus. Okay. Finden sie Informationen über... Ja. Oh, hier gibt es Stress. Jo. 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 Da sind die Zombies. Gehen sie weiter? Ja, bedingt. Boah, hier können wir geht... Kommen wir hier rein? Boah, wir kommen hier rein. Oh. Ja. Können wir gegen die Geburten kämpfen. Ja. Die müssen wir mal... Einmal außen rum laufen, ob hier irgendwas ist. ich bin jetzt auf der anderen seite ist herausgekommen hier draußen ja da hinten wird mir was angezeigt ich weiß gar nicht bin bin ich jetzt schon wieder wie in der realen welt jetzt wieder so vorne ist eine quest also hier ist helfen oder sowas überlebender gerettet das ist aber noch das ist aber noch das ist ordentlich groß hier ja ja deswegen habe ich ehrlich gesagt kein plan wo wir hier was über street finden können jenissen bücher club kiste gefunden hier stofffetzen und reis drin also gehört das denn hier noch alles so dazu wie geht es noch unterirdisch ja oder das das gehört aber alles noch dazu und wir sind immer noch im quest bereich das ist der witz dabei was zum teufel ist denn da irgendwas bei dir hier waren nur grüne sachen zum einsammeln okay und ein band habe ich gefunden ja hier ist bestimmt auch so ein band ich wollte es gerade noch sagen irgendwas wird hier auch sagen warte ich komme zu dir naja masker hintergrundgeschichte ja also ich vermute einfach mal dass wir mit irgendwelchen leuten halt reden müssen aber ich meine wir haben jetzt sehr viele leute gesehen und keiner war irgendwie war möglich gegen mit denen zu reden irgendwie würde ich vielleicht sagen gehen wir doch am ende erstmal in die arena wir machen die mission und anderen mal ich finde ich ja hier unten in der u-bahn irgendwas aber ja du hattest hier schon alles abgeklappert oder ich habe da größtenteils abgeklappert gehabt ja ja ich habe noch was gefunden was zum sammeln tatsächlich woher kommst du mir es geht ja hier noch richtig tief runter am wachbericht gefunden drücke r2 um mit der waffe zu schießen alter war zu schießen den weg habe ich hier noch gar nicht gefunden gehabt hier vor allem hier geht es ja noch weiter runter hier war ich jetzt auch noch nicht aber hier ist auch nichts mehr da geht keine tür mehr auf aber was halten so ein bisschen komisch ist dass wir halt immer noch im quest bereich sind ne ja verstehe ich halt irgendwie nicht das ganze ding ist ja anscheinend quest bereich ich glaube wir erkunden hier sachen die wir noch gar nicht erkunden sollen Oh, hier ist was. Oh. Ein Band. Jawohl. Oga gegen Skyface. Das sind bestimmt alles Sachen, wo wir irgendwie im späteren Verlauf der Mission nochmal hinkommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die Massakale zurück, oder? Machen da noch ein bisschen Action. Ja, ist am sinnvollsten. Vielleicht kommen wir auch einfach dadurch, wenn wir Erfolge irgendwie machen oder sowas. Vielleicht finden wir dann erst mehr darüber hinaus irgendwie. Keine Ahnung. Ja, oder dass wir dann auch zu uns jetzt noch verborgenen Gebieten, dass wir da dann Zugang zu haben. Ja. Das ist alles Quest-Bereich hier. Alles Quest-Bereich. Du hast hier draußen ja auch eigentlich nicht umsonst irgendwelche Seile hängen. Ja, ja, auch da unten gerade. Ich denke, das wird irgendwie... Das ist hier ja noch riesengroß. Ich glaube, wir werden hier irgendwann bald auch überfallen oder sowas. Dass die PKs hier einmarschieren und die Zombies reinlassen oder sowas. Keine Ahnung. Warum das hier draußen ist, weiß auch keiner. Das wird hier auch noch irgendwas, das ist auch noch zu bedeuten. Alles noch sehr fragwürdig hier. Ein Pilger, der gegen jemanden kämpft? Das ist doch ein Witz. Wo bist du denn? Ich bin einmal komplett anders rumgelaufen. Ach so. Ach ja, da bist du jetzt. War irgendwas da? Ah, viel Gebiet. Okay. Wollen wir mal hier unten gucken. Warte mal. Hier gucke ich jetzt eigentlich tatsächlich nur mal, ob hier unten irgendwas sammelbares ist. Hier ist aber nichts. Ja, komm, dann lass den Arena-Kampf machen. Reden wir mit... ...mit Mr. Snape. So, dann würde ich jetzt auch gar nicht die andere Nebenmissionen da irgendwie annehmen oder so. Hier ist ja noch eine. Gehen einfach durch zu ihm. Was glaubt man? Keine Zeit zu verlieren. Beeilung. Lass mich in die Arena. Noch eine Sache, bevor du... ...ja, weg bist. Du bist ein Pilger, stimmt's? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Jemand hat den Gewinn vom letzten Kampf gestohlen. Finde den Dieb und ich belohne dich. Könnte mir sogar helfen, mich an die Antworten auf einige deiner Fragen zu erinnern. Über Chiro, stimmt's? Hat er die Spuren hinterlassen? Er hat sich bei der Tat verletzt. Wachen haben eine Blutspur gefunden. Haben sie aber verloren. Ich bin überzeugt, dass ein Pilger ein besserer Bluthund ist. Okay, ich helfe. Du solltest dich nur an irgendwas über Chiro erinnern. Werde ich, wenn du Erfolg hast. Okay, gehen wir doch nicht in die Arena. Spüren sie den Dieb auf. Oh, fünf Minuten, haben wir nur Zeit. Okay, boah. Jetzt müssen wir wieder genau dahin, wo wir hergekommen sind wahrscheinlich. Ja, bestimmt, da hinten irgendwo hin. Ah, warte, Überlebenssinn benutzen, warte. Aha. Okay, da waren die Blutspuren und dann wurden... ... die Blutspur von der Severus gesprochen hat. Achso, wir müssen die jetzt hier untersuchen. Ach, Junge. Boah, er blockiert mich. Ah, jetzt wird sie mir weiter angezeigt. Ach, Junge, was ist das denn? Ich muss die Blutspur... Ich muss der Blutspur halt selber auch folgen. Sonst sehe ich nicht, wie es weitergeht. Ja, so weit bin ich auch. Hier weiter. So, sagst du's, Bruder? Ja, mal hier durch. Er kommt hier gar nicht hoch. Oh, mehr Blut. Er kann nicht weit gekommen sein. Untersuchung. Oh, ich hab was gefunden hier. Kommen wir zu mir. Eine Notiz. Nimm mal, nimm doch die scheiße Flasche weg. Kommen wir hier irgendwo hoch. Ah, ich bin drin. Wo ist denn der Dieb? Bist du schon drin oder kommst du rein? Ich verfolge die Blutspur die ganze Zeit. Ja, ich hab hier einen Hinweis. Nehmen. Also, ich laufe der Blutspur weit hinterher. Astrid Intim, Magazin-Cover, hab ich gefunden. Das ist eins von den Hinweisen. Die wir brauchen. Ach so, okay. Ach, krass. Eine Riesenberühmtheit für Willedorf-Verhältnisse. Sie moderierte eine der erfolgreichsten politischen Nachrichtensendungen in Europa. Astrid war eine knallharte, kompromisslose Journalistin. Die Leute liebten sie. Bis sie es nicht mehr taten. Ach, krass. Dann bin ich der falschen Spur gefolgt. Die hört aber auch für mich die Blutspur auf. Hä? Die geht rechts ums Gebäude rum. Also langsam könnte der aber auch mal irgendwo aufploppen, der Dieb. Ich hab keine mehr. Ich komm einfach zu dir. Ich hab keine Blutspur mehr. Ah, jetzt ist er wieder da. Hä? Was ist das denn? Nein, hört hier auf. Wir haben auch noch eine Minute Zeit. Vielleicht ist ja auch erst dann, wenn ich da bin. Ich bin da. Okay. Beim Ziel. Ja, ich komm mal. Ist das, äh, ah, ich seh dich, alles klar. Ah, ja, hier hab ich ja wieder die Blutspur. Ich bin bei dir. Niedrig. Bei mir drückt der nichts. Kann nichts machen. Geh mal weg da. Hast du jetzt geöffnet? Ja, ich hab, ich hab geöffnet. Er ist nicht hier. Hinter dir ne Notiz? Ja. Ach, er ist nicht hier. Ach, was zum Teufel? Die Suche geht weiter, oder was? Aber wir haben es nicht geschafft. Nö. Ja, ich seh hier auch keine Spur mehr. Ja, wir nicht. Hä? Sprechen Sie mit Severus? Wahrscheinlich können wir den gar nicht finden. Ach, ja. Er hat versucht, die Stadt zu verlassen. Da kann ich mich gleich für den Kampf anmelden. Achso, willst du denn dieses eine Magazin da eben holen, oder hast du da jetzt bei dir? Das hab ich auch mitbekommen. Das hab ich auch mitbekommen. Sehr gut. Oh, was zum Teufel. Er rennt hier mitten durch, Alter. Boah, hat er mich in der Luft erwischt. Ja. Bist du raus, oder brauchst du Hilfe? Nein, bist raus. Nee, ich bin raus. Toll, da sind wir einmal quer rumgelaufen. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass das Hinweise sind, die wir finden müssen hier irgendwo im ganzen Gebiet. Super. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, aber das Gebiet ist groß. Das ist die Scheiße. Ich würde sagen, das machen wir ganz zum Schluss. Wenn wir Glück haben, finden wir die im Laufe von anderen Missionen, die wir machen müssen. Mission, ja. Ruhm und Schande. Ruhm und Ehre. Ach, scheiße, falsch gelaufen. Ah, dann lauf ich dir einmal hinterher und du laufst falsch. Hier wusste ich, dass man rechts lang muss. Das war ja eine zu früh. Tschau, du Matschkopf. Dann red mal. Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich bist du ein besserer Kämpfer als Detektiv. Du hast versprochen, mir etwas über Chiro zu erzählen. Habe ich und werde ich. Ich sammle noch Informationen. Aber bitte etwas geduld. Naja, komm. Lass mich einfach in die Arena. Wie du meinst. Wir sind zwar schon bei 30 Minuten, aber einen Arena-Kampf müssen wir machen. Ich organisiere lieber diese Prüfungen. Die verdammten Turniere. So. Okay, Turnierplan. Was sollen wir denn machen? Wir haben... Massaker benötigt vier Ruhmpunkte. Wir haben drei. Boah, sollen wir mal hier Lauf, Junge, Lauf machen? Mit Kontrollpunkten. Obwohl, das ist bestimmt schwer zur Zeit. Aber das könnte man machen. Oder wir machen den Freak-Kampf. Auf Rangstufe Mittel. Oder willst du direkt... Ne, ich würde sagen, wir machen das mal mit dem Laufen. Mit dem Parcours. Auf Rangstufe Mittel, ne? Ja. Weil auf Rangstufe schwer haben wir nämlich auch Männer in Strumpfhosen. Das ist sogar einfach. Natürlich laufen sie alle Checkpunkte in beliebiger Reihenfolge. Also da können wir laufen, wie wir wollen. Das ist ganz gut eigentlich. Aber ich würde sagen, wir machen Lauf, Junge, Lauf. Ja. Auswählen. Du kommst zurück, musst du den Busten bringen. Ah yeah. Okay. Dieser Skullfick. Okay, auf geht's. geht hoch kletter hoch Willkommen zu unserer nächsten blutigen Aufführung. Wunderbar. Oh, Licht ist aus. Oh? Ich sehe nichts mehr. Mach deine Taschenlampe an. Ich habe sie jetzt einfach angemacht. Das war das erste Viertel. Nein, ich bin jetzt auf dem Boden. Ja, am Boden müssen wir auch. Boah, der Stacheldraht. Oh nein, er hat mich. Dieser kackt Zombie. Wir haben bereits die Hände hinter uns. Meine Damen und Herren, dieser Kack hat einen Auftrag. Alter, warum machen die denn immer das Licht aus? Das Match ist beinahe vorbei. Genau davon rede ich ja. Achso, ich bin hier. Achso, ich habe schon alle. Ja, ich auch. Die war nicht schwer. Nö. Ich habe ja mal gedacht, als du gesagt hast, der hat mich, der hat mich, du wärst hinter mir irgendwie, weil ich wurde gar nicht gecatcht. Okay, das war ja nicht schwer. Oh, wir sind von 40 auf 34. Ja, easy. Neuen Freak freigeschaltet. Oh, ich bin rausgegangen. Jetzt habe ich eine Sequenz gerade. Ich auch. Wo hast du diese Fertigkeiten erlernt? Er schon wieder. Ja, ja. Erst mal, was machst du hier, du Idiot? Was machst du hier? Oh, ich kam gerade zufällig nach deinem Kampf vorbei. Ich dachte, ich komme halt vorbei und sage hallo zu meinem Lieblingskämpfer. Also, wo hast du kämpfen gelernt? Das geht dich gar nichts an. Jenseits der Mauern. Oder Willedore? Oder das geht dich nichts an. Ne, ist das egal. Wir können auch unfreundlich sein. Aber vielleicht wollen wir ja irgendwas von ihm nochmal. Ich würde mich erstmal mit den eigentlich gutstellen hier. Machen wir das mal. Dynamo, Alter. Das heißt Dynamo, du Idiot. Weißt du, tatsächlich hat Skullface beide getötet. Aber ich bin mir sicher, du machst dich gut da draußen. Viel Glück. Du bist der Beste. Alter, was ist das für ein Groupie? Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Na, sind da von uns. Okay, komm, wir reden mit Severus. Vielleicht kann er sich an irgendwas jetzt erinnern. Ich bin's wieder. Oh, warte mal. Wie ich sehe, macht Severus die Probleme, ha? Ich glaube, da kann ich helfen. Ich habe deine Idee. Das wird ihm beweisen, wie nützlich du sein kannst. Ich hoffe nur, dass du keine Angst vor ein bisschen Elektrizität hast. Okay. Kommt da noch was? Ich glaube nicht. Das war so ein offenes Ende jetzt. Ja, dann reden wir jetzt mal hier mit ihm hier. Machen wir die Mission zu Ende. Oh, Prometheus. Endlich bist du hier. Prometheus? Hast du nicht die Stromstöße bemerkt? Der Strom versagt. Und sorgt für Chaos beim Turnier. Wir müssen das schnell in Ordnung bringen. Aha. Dann reparier's doch. Ach, Astrid hat ihre Leute geschickt, aber ich würde keine Wette auf sie abschließen. Und ich verstehe so einiges von Wetten. In der Arena wirkt es jeden Moment dunkel. Du bist also irgendwie unsere einzige Hoffnung. Zuerst erzählst du mir von Chiro. Das ist Erpressung. Ja, das sagt der Richtige. Okay. Nachdem du dich um den Strom gekümmert hast, Umspannwerk im U-Bahn-Tunnel. Ja, also ja. Ja, sicher. Er wollte eigentlich uns schon vorher was sagen. Du hast unsere Gladiatorin gesehen. Du willst ihnen nicht begegnen, nachdem sie sich verhandelt haben. Gut, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Gehen wir in die U-Bahn. Ja, ich glaube, ich habe es am besten. Ja. Da würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja. Ja. Maja.